Hallo alle zusammen und willkommen hier zurück wir können hier oben lesen was zu schätzen hab grad nur kurz überlegt ob ich ruhig bin so lange gelegen willkommen hier wieder zurück bei 13 oh wir haben das letzte Mal sind wir über Dächer gefe... Moment mal, den Teil haben wir doch schon ich glaub ich hab nicht gespeichert nun gut, dann gibt's jetzt... ah gut, das ist ja nur noch in den Helicopter steigen ganz einfach hihihi in die Warte freigeschossen ähm ja, müssen wir mal ganz kurz den Helikopter durchschlagen aber das geht ja relativ schnell und schmerzlos hoffentlich ein bisschen zumindest äh landebar kann sie nicht haben wow den hatte ich vergessen so wunderbar jetzt kommen wir hinten noch ein paar raus äh sag mal, was mache ich denn hier? du weißt, dass ich das selbst tötet wenn ich da hin schmeißt so das sollte schon gewesen sein ohne mich abzuhalten ja, genau so und jetzt geht's ab ins nächste Level ähm ja, zwar wenigstens direkten Anschluss schadet ja auch nicht das möchte man meinen da, Simon der Immo-Komplex auf 12 Uhr Ouh, an dieses Level kann ich mich noch erinnern das ist cool kommt es oft vor, dass sie sich »unschrauber ausleiten« du kannst mich ja wirklich an nichts erinnern nein, ich kann mich wirklich an nichts erinnern, Uchi das hast du schon sehr gut erkannt wird ja mal Zeit tup, 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 tup. pixel im einsatz hier gibt es anscheinend auch wieder liebe so falsche waffe für den nachkampf ausgesucht gefroren sind die einfacher zu stapeln hallo mini sagt ein headshot nach dem anderen hier so muss das laufen so nehmen wir es an die vision anwarten wird das hat nicht erwartet was hattest du denn erwartet in einer militärbasis der ging daneben jetzt habe aber keine munition so nehmen uns die munition mit und dann nehmen wir halt unser anderes wäffchen schnauze fresse ich glaube wir nehmen erstmal wieder die pustole das ist ja auch so mit dem messer zu einer schießerei alle haben sie eine mg und ich laufe mit der stinkigen pistole durch die gegend hier scheint jemand aufgeräumt zu haben ah ja rösten wir sollten uns mal ein bisschen heilen auch ein bisschen zack zack wer los 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 kulte mit der pfeile sei doch nicht immer so aggressiv alter schwede du hast eine echt krasse streuung so kommt munition einsammeln so es darf noch ein bisschen gesundheit und ein bisschen munition wunderbar werden wir richtig gut versorgt hier kommt nicht wieder hoch lass mich raten treppe warte schon du 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 zack könnte ich irgendwas machen sollte es können wo kommst du denn der idiot ich kann ja aber nichts machen wollte er mir eine andere station wird eben mit dem bild da oben zeigen da komme ich nicht raus auch nichts zu drücken da haben wir noch ein paar hebelchen aber doch die waldwehrmeister hast du auch zu atmen na kommst du mir jetzt nicht mehr ins bild das gibt es doch nicht hier kann ich da irgendwie nein schade die klinik sagt so muss das hier laufen so bin ich auch schon wieder zufrieden ja man sollte nichts explodieren das kaputt schießen während man daneben steht da gebe ich euch recht war eine scheiß idee ähm wo ist denn jetzt ah, was ist mein Name hop, 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 hop hop, hop, hop hop, hop hop, hop, hop hop so so tübibitübidü hey und dann geht er abwärts sooo dann geht's hier rein man hat ein geschleiche hier, ist ja grausig was machen sie? sind sie verrückt? nein wie war das? ich bin nicht verrückt, ich habe mich testen lassen hey, gehst du weiter runter? ah, Level abgeschlossen, verstehe ähm, Päuschen oder weiter wir machen Päuschen, wir wollen es ja schließlich an unsere Level-Regel halten ähm, ich sage einmal wieder vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt ich weiß, es war jetzt nicht gerade von Elan geprägt, diese Folge ähm, bin aber auch äh schon etwas müde, muss ich gestehen ihr wisst ja, ich nehme hauptsächlich nachts auf und äh war ein sehr langer Tag heute gewesen ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Nachsicht ähm, ne, aber wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder das hoffe ich zumindest, dass ihr da auch wieder einschaltet und dementsprechend freue ich mich auf das nächste Mal und ihr wisst ja, ihr könnt mir gerne ein Däumchen nach oben da lassen Kommentare da lassen, was auch immer was euch gefällt, worauf ihr Lust habt und dementsprechend einmal wieder herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Tschüss! lasst go